jetzt kommt zur nächsten folge mit david so ich mach jetzt mal überall diese redstone vergetan aber wird überall angezeigt dass es reichen muss es reicht aber nicht also es reicht schon aber du weißt nur 64x64 großartig nicht der strahl reicht auch genau bis zum nächsten das macht nichts wir befinden uns echt auf so einer krassen lasst die mal komplett besiegeln ja weil dies gar nicht so groß das wäre überall häuser also sagt dies in der einrichtung wird ja oder riesige straßen und sowas dann ja ja kann man schon mal aber das ist die einrichtung doch nein ja wir haben in diesem modpack hat man die materialien dazu ja natürlich schon aber eine rennbahn bauen 3.000 3.000 blöcke die richtung war schon über 2000 gelaufen es war kein mehr da du kannst riesige rennbahn bauen ja ja aber es gibt nicht nur fünf jahren blöcke schon lustig schon wieder nicht ich habe sie jetzt eins kleiner gemacht vorwiegend trotzdem man könnte sich denn nur mit einer gleichzeitig verbinden mit einer landmark wer ja die landmark selbst verbinden sich immer nur mit ich denke es war das kommt schreibt mal bata soll kommen obwohl nein spaß irgendwie ist der komisch also es noch kündiger als julian wie geht das weiß ich auch nicht ey lass was den rest der insel so voll verwüst mit nukes und so damit hat gerade gelacht wie so ein böser yugio typ in so eine yugio folge so sind alle verbunden miteinander die besten vergeben dafür dass man sieht wie weit das reicht das reicht ich weiß ja was dann gesagt ich brauche die ich habe nicht gesagt brauchst hat gesagt du kannst die benutzen jetzt ist hier überall rote schritte alle fackel sind miteinander verbunden die schritte schritte geht nicht manchmal manchmal heißt es ist auch zeit auf den bauern zu small bauzeit auf tanklo den bauern verscheiden drei und minus 309 du weißt dass die korin selber an tanklo da ist ja 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 so jetzt bloß 64 aus minus 245 jetzt aufs minus 206 da muss man fragen was ist ein breit händel das ist eine bremse glaube ich bray ja das ist die er ist die bremse von meinen kart es kostet los die muss die aus 18 das geht auch Hä? Warum geht das dann nicht? Komisch. 116. Ist ja noch besser. Das ist überall so. Das ist so small. Oh, du small. Wenn du so ein 2x2 großes Loch machst, ist es zu klein. Aber warum ist das nicht so groß? Überall ist... Mach einfach mal 50x50. Das müsste gehen, auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt schon 60x60. Dann mache ich mal hier. Und hier muss ich ja... Ich muss da eigentlich frei zwischen sein. Nee, oder? Hm. Dann mache ich mal da hin. Ich werde erst mal die Ärzte mitnehmen. Wenn ihr sonst weg gelasert. Sehr doof. Julian, warum kriegst du eigentlich immer einen Seitenscheitel? Ja, warum? Tue ich gar nicht auch so richtig, Alter. Ja, doch so richtig zur Seite. Dir gilt auch. Tue ich gilt dir auch gar nicht. Ja, doch voll zur Seite. Ja, klar. Das sieht man doch. Das sieht über aus wie Hitler, Alter. Richtender Nazi. Ey, Julian, sag's doch nicht wieder so. Meine Zuschauer wissen eh, dass ihr Scheiße da wart. Das ist jetzt wie bei dem Fotoshooting, ne? Wenn du nach der Reiten saßt. Das ist noch gar nicht raus. Ey, das hast du gespoilert, danke. Meine Zuschauer bestimmt ganz toll. Deine Zuschauer, als ob du Zuschauer hast. Ja, die Zuschauer. Schlaf, sonst musst du ja Julians wieder sagen. Dann schlafen die sofort. Normal. Vor allem, Julian macht mal Werbung in der Klasse. Echt? Du bist ja einfach mal auf deinen Kanal gegangen und hast Werbung gemacht für dich. Ja, bestimmt. Ach ja, stimmt, beim Vortrag, ne? Was du laberst, Alter. Niklas meint noch so, ja, Julian, promotest du nicht schon wieder deinen Kanal hier? Ja. Ich hab, ich hab, ich hab ja wohl was anderes eingeben, aber egal. Ey, hast du gesehen, was George gemacht hat beim Vortrag? Ich hab's nicht gesehen, ich hab die ganze Zeit auf Aron geachtet. Oh. Der hat auf mich gezeigt, bei einer Stelle. Ernst? Hehehe. Das war so voll lustig. Sag mal, jetzt geht die Quark. Okay. Ich muss ehrlich, ich hab jetzt, glaube ich, viel Glück kleiner gemacht. Verpackt. Okay. Bis dann. Boah, Tim kommt gleich ins Sitzchen-Unterhoße, ey. Okay. Das war ich. Ähm. Ja, heute kommt die neue Naruto-Folge. Ja. Ah, ja. Ich möchte ein Platsch über den Weg. Hm, ich glaube, ich fang jetzt mit meinem Turm an. Hey. Was, fängst du jetzt erst an? Hm. Ja. Ja, guck mal hier. Ich bin nicht da. Voll das geile Haus, ey. Wahrscheinlich kommt der Vorbau hier wieder weg. Der Vorbau. So. Äh, blau war Eingang. Äh, Eingang. Und, äh, oranges Ausgang, ne? Hm. Okay. Orange ist gut. So. Krass, ich kann euch ja muten und dann was anderes machen. Musik hören. Ja, es ist möglich, Lennart. Ja. Halt's, Maul. Ja, wenn du so weiter schalte lauerst, rülpst ich jetzt so laut, dass du die Kotze durchs Mikro riechen kannst. Boah. Ich hab grad so'n rülps, also wirklich so einen im Hals sitzen. Und ich glaube, dass ich dann einen kotzen muss. Boah. Ich hab immer. Julian, ich hab. Bartos. 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 Ah. Ach, hier sind wir, okay. Na, aber wenn ich rülpsen muss, will ich ja auch kotzen. Kommt ihr jetzt? Ah. Okay, hier. Hey. Shadow. Was? Du musst mich TP'n. Hä? Wo ist der denn? Wo bist du? Wo man spawnt? Hinterm Brunnen. Hä? Dann stirbt mal. Hast du gemacht, der Fing? Ganz am Anfang. Okay. Okay. Lässt ihr was? Gangt euch, Julian. Nicht aufs gewonnen an. Ehe, ich hab Sand. Aaaaaaah. Wo ist der ist? Eins, zwei, drei. Okay. Ne. Bartos. 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 Eier. Eier. Aber würdest du kurz zum... Würdest du bitte kurz zum Brunnen gehen? User join your channel. HALA! Aaaaaaah! Hau. Hau. Ich bin in der Nähe vom Brunnen. Nein. Aber ich muss bald weg. Ist der jetzt gleich? In fünf vier... In fünf vierzehn. Gut. David, kannst du mit kurz zum Brunnen gehen? Ich bin beim Brunnen. Okay, Moment. Dann geh ich kurz auf die recht, das TP'n. Hallo. Ich mach doch einfach TP'n. Die gehen doch einfach zu mir. Moment, ja, ja. Bartos. Dann mach ich jetzt dein Haus, oder wie? Jaja. Dein Haus, oder... Ja, mein Haus. Moment. das macht er ist nicht so groß ja nicht so viel platz und das kommt ja auch nicht hier hin das wird riesengroß jetzt geht beruht juli ich glaube der schieße töten mal der ich kann doch gar nicht schicken jetzt noch nicht kopiert das sind und doch und da ich muss bald weg echt ja ich auch ja ich muss alter ich bin viel zu gut für den alter ich weiß nicht warum der ist zwar zwei monate elfer aber trotzdem mit wem habt ihr den trainer jetzt kommt ihr alle ja hauptsache server ist jetzt voll eben war gar keiner da als ganz am anfang ich weiß noch nicht ich glaub hier irgendwo neben wo ja hier entweder da auf der seite oder auf der seite ich glaube ich gehe jetzt mal zum vulkan junge wird jetzt den ausbauen und doch geschrieben was er möchte wird jetzt denn ich gehe kurz überseit weil ich kann ja auch ein bisschen mitnehmen dass er kommt noch selber das braucht ja ich weiß aber jemand wer hat ihn getötet warum ich frage ich frage mich nicht was passiert ist ich weiß das war gerade ein spaß das ist ein spaß die wird geklaut christian nein muss ich nicht ah ok er sollte es kommen weiß jeder sein hund zum schweigen bringt er muss der meiste weiter leonardo alles los ich muss mein chef mit aufladen alle ich meinte gerne heute wo ist der in der kanzel vielleicht ist es so aber dann gucken wir erstmal auf dass sie ganz Hallo So und dann beende ich jede Folge Tschüss